Geht gleich los, ne? Freischnauze, ne? Ist ja meine Sendung. Halt mal. Freischnauze, was ist das, was heißt das? Freischnauze heißt, man redet so wie einem der Schnabel gewachsen ist. Total spontan, unvorbereitet, frei aus der Hüfte. Hier ist nichts vorbereitet in dieser Show. Wirklich meine Gäste und ich habe ganz, ganz tolle Gäste, die haben keinen Plan, was auf sie zukommt. Ich weiß ein bisschen mehr, denn die müssen nach meiner Pfeife tanzen. Oh, tanzen, liebe Tanzen, natürlich. Ja, ich will auch gar nicht so viel Zeit verschwenden, weil, wie gesagt, wir wollen loslegen. Meine Gäste können es auch kaum erwarten, rauszukommen und wir haben uns was ausgedacht. Wir werden uns gegenseitig improvisiert ankündigen. Also ich darf jetzt gleich meine erste Gästin hier auf die Bühne bitten und ich kann euch jetzt schon sagen, ist der Knaller. Ich weiß aber selber noch gar nicht, wie ich das machen soll. Und das erfahre ich jetzt zeitgleich mit euch und mit ihnen, indem ich hier auf diesen Knopf drücke. Bitte, wir haben doch keine Zeit. So, Moment noch. Hier, meine Ukulele. Verstehen Sie? Weil die so klein ist. So, ähm, hat sie denn da was, was sonst keiner hat? Oder hat sie nur da, 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 was sie da hat? Das, was sie da hat, das ist einfach wunderbar. Und darum ist sie ja auch heute hier da. Ja, dass sie heute da ist, das ist ja sonnenklar. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Applaus. Hier kommt die Caro. Hier kommt die Maus. Carolin Kebekus, meine Damen und Herren. Sehr gut gemacht. Oh Gott. Ja, hallo. Also, ich freu mich ja auf jeden Fall auch. Hier ist es halt. Und jetzt kommt noch einer. Und der ist auf jeden Fall ein ganz guter Künstler. Und der kann ganz viele Sachen machen. Und der ist auch wunderbar. So schön. Jetzt könnt ihr klatschen für Rikavania. Ja, er ist der Mann des komischen Wortes. Ja. Lassen Sie es nicht von seinem Aussehen täuschen. Er ist der Billy the Kid, der Wortakrobaten. Er kommt aus Duisburg. Dafür kann er nichts. Deswegen nennen wir ihn liebevoll Tilly the Kid Reiners. Meine Damen und Herren, bitteschön. Und welche Rolle soll er spielen? Ja, okay. Also, es scheinen jetzt hier noch andere Leute zu geben. Ich finde sie ganz okay. Sie hat einige Styles erfunden. Sie ist DJ. Es ist Larissa Ries. Ja, herzlich willkommen. Ihr verschwenderisches Volk. Ich sehe, da tragen manche von euch Lederschuhe. Ja, meine sind aber wiederverwendbar. Ich ziehe die morgen auch noch an. Herzlich willkommen zu... Wo steht das denn? Wie ist das hier? Freie Schnauze. Ja, danke.